Debbie in Episode 5 ist ein Engel mit teuflischen Gedanken im Hintergrund. Ich bin sehr froh für diese Rolle, Daphne Reitinger gewonnen zu haben. So ein Engelsgesicht, das sich dann in den Teufel verwandeln wird, aber man darf nicht so viel verraten. Vielen Dank, dass du beim Projekt mit dabei bist. Wir wollen uns vorher jetzt kurz unterhalten. Warum machst du das? Du warst eine Obatsche-Produktion, genau anstrengend. Naja, ich finde die Geschichte einfach cool. Es spricht mich an und es findet einfach Spaß. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man das machen sollte, finde ich. Weil es einem Spaß macht und weil man an die Geschichte glaubt und an das Projekt. Und natürlich ist es schön, wenn man bezahlt wird, aber es geht ja nicht immer. Und dann ist es halt schön, bei einem Projekt dabei zu sein, wo man sich denken kann, dass es cool wird. Und einfach was beitragen. Ich hoffe, da springt alles aus dem Film über. Ich hoffe, da�� Bis zum nächsten Mal.